Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, heute geht es nochmal um das OBS Setup und auch die Verkabelung für unsere Kieler Open Source und Linux Tage. Meine Pläne, die ich vorher gehabt hatte, wie man das Ganze macht, die habe ich ein bisschen über den Haufen geworfen und das Ganze sieht jetzt ein bisschen anders aus und ich habe es jetzt nochmal ein bisschen weiter ausgearbeitet und ich werde euch daran teilhaben lassen. Dieses Video ist nicht bloß für euch Zuschauer bei YouTube, bei Peertube und sonst was gedacht, sondern eben auch für unsere zahlreichen Helfer dieses Jahr, die verschiedene Aufgaben in den Vortragsräumen übernehmen werden und dafür ist es quasi auch noch eine Schulung. Aber ich denke mal, ist es überwiegend auch allgemein genug so, dass das nicht komplett sinnlos ist, dass ich das hier mal hochlade. Wie ihr seht, sind die Folien noch ein bisschen textlastiger geworden als sonst. Das hat den Hintergrund, dass ich erstmal Dokumentationen geschrieben habe, wie man das Ganze aufbaut und so weiter und das ist überwiegend die Dokumentation, die für unsere Helfer gedacht ist. Diese Dokumentation ist zum einen dafür da, dass wir das relativ schnell aufgebaut kriegen in den zwei verschiedenen Räumen, die wir haben und zum anderen kommt nachher auch noch ein Live-Teil, wo ich OBS zeigen werde, wo nochmal so diese einzelnen Tätigkeiten drin sind, was man macht, wenn ein neuer Referent kommt, wie das Umstöpseln funktioniert, wie das Anstecken von der Capture-Karte funktioniert und all sowas. Genau, aber erstmal kommen wir zur Verkabelung. Ich habe hier so ein Normal-Setup, habe ich einfach mal so genannt. Das ist so eine Standard-Konfiguration, die eigentlich für alle Vorträge verwendet wird, die direkt in einem der zwei Vortragsräume stattfinden. Das Ganze sieht dann so aus, sieht erstmal vielleicht komplizierter aus, aber wenn man es ja quasi aufgebaut hat, dann erklärt sich vieles auch von selbst. Fangen wir einfach mal unten an. Wir haben so ein Aufnahme-Laptop, den hört man... Hört... Ne, ich glaube man hört ihn auch gar nicht. Also das Gerät steht jetzt schon bei mir auf dem Schreibtisch, damit werde ich gleich noch was demonstrieren, wie das in OBS alles funktioniert. Und da laufen die Lüfter relativ laut, aber ja, genau. Also wir haben einen Aufnahme-Laptop, da drauf läuft OBS und der ist ans Internet angeschlossen, denn dieser Stream, der da zusammengebaut wird in dem OBS aus den verschiedenen Einzelquellen, der wird an den RTMP-Splitter weitergesendet. Und dieser RTMP-Splitter, der schickt quasi das Signal nochmal weiter an YouTube, an Peertube, OnCast und höchstwahrscheinlich auch noch an Twitch. Also wir senden von unserem Veranstaltungsort einmal das Signal aus jedem Raum. Das wird ins Internet an diesen Verteilungsserver geschickt und er macht vier Ausgabestreams daraus für die einzelnen Plattformen. Dann haben wir noch verschiedene andere Komponenten. Wir haben einen Referenten-Laptop, den bringt der Referent halt mit. Das ist ein eigenes Gerät. Normalerweise haben viele Geräte einen HDMI-Ausgang, wo man externen Bildschirm anstecken kann. Wenn da jetzt kein HDMI direkt sein sollte, haben wir Converter für DisplayPort und sogar für VGA und für noch ein paar andere Dinge. Dann wird dieses HDMI-Signal genommen und geht in einen HDMI-Splitter. Da macht aus einem Eingamesignal über HDMI zwei HDMI-Signale. Das eine geht direkt an den Beamer, den wir im Raum haben, sodass alle sehen können, was da auf dem Laptop stattfindet. Und das andere, ebenfalls geklonte HDMI-Signal, geht in eine Capture-Karte. Eine Capture-Karte nimmt das digitale HDMI-Signal, da ist ein bisschen Elektronik mit drin. Und dann wird das Ganze umgewandelt in USB 3, sodass sich das verhält wie eine Webcam. Und damit kann OBS wiederum was anfangen und daraus wird die Szene montiert. Ähnlich funktioniert das mit der Kamera, womit der Referent aufgenommen wird. Also es gibt Kameras, die direkt schon eine Webcam sind, wo USB 3.0 schon rausfällt. Und es gibt andere Profi-Kameras, wo ein HDMI-Signal rauskommt. Da brauchen wir auch nochmal eine Capture-Karte, die von HDMI zu dem USB 3.0 umwandelt. Das Ganze landet in einem aktiven USB 3.0 Hub. Das bedeutet, dass dort Strom über ein externes Netzteil zugefügt wird. Also nicht abhängig ist von dem Laptop. Also das ist praktisch, wenn man ein bisschen größere Geräte dran hängen hat, die Strom ziehen. Wir brauchen nämlich für den HDMI-Splitter auch nochmal Strom über USB. Das ist so ein Mini-USB-Port und da braucht er einfach bloß Strom über USB. Eine andere Funktion hat der USB-Port da drin nicht. Dann haben wir das Mikrofon, in das der Referent rein spricht. Das ist auch kein USB-Gerät, sondern es ist ein Profi-Gerät, sowas, was ich hier auch habe. Das spricht XLR. Das ist so ein Übertragungsstandard, ein analoger, der relativ störungsfrei ist. Also der ist nicht anfällig für eingestreute elektromagnetische Strahlung oder so irgendwas. Guckt einfach mal bei Wikipedia zum Artikel XLR, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr das wissen wollt. Und damit wir aus diesem analogen Signal was Sinnvolles rauskriegen, was wir in OBS verwenden können, brauchen wir ein Audio-Interface. Audio-Interface, letztendlich eine Soundkarte, aber im gehobenen Preissegment sagt man Audio-Interface dazu. Und das braucht auch ein XLR-Eingang. Dann wiederum wird es über USB 3 angeschlossen an den aktiven Hub. Und diesmal wird auch wirklich das Signal durchgeschleift, genauso wie das von der Capture-Karte hier. Und dann ist das im Aufnahmen-Laptop mit OBS. Und in einer OBS-Szene können wir das Ganze verbraten. Und das ist eine Konfiguration, die wir für vorproduzierte Videos nehmen werden. Zum Beispiel bei unserer Sponsoren-Vorstellung. Oder wir haben auch den Fall, dass einige Referenten nicht kommen können, aber wir dennoch ein vorproduziertes Video in dem Raum abspielen, weil sonst der Raum zu der Zeit auch frei wäre. Das Ganze sieht dann ein bisschen anders aus als vorher. Wir haben eigentlich dieselben Komponenten wiederum da. Also vieles davon ist sehr stark ausgegraut. Also es ist fast gar nicht mehr zu sehen. Die Verkabelung bleibt so, wie sie vorher auch ist. Aber vieles davon wird nicht mehr benutzt. Wir wollen das Bild von diesem Präsentations-Laptop nicht uns angucken. Also der Referenten-Laptop wird durch ein Präsentations-Laptop ersetzt. Das Bild wollen wir nicht über OBS aufnehmen. Genauso wie wir auch das Mikrofon hier, was man so gut wie gar nicht mehr sehen kann. Und die Kamera, die wollen wir auch nicht mehr da reinpacken. Aus dem aktiven USB-Hub wollen wir bloß noch Strom haben, damit diese Verbindung von diesem Präsentations-Laptop, der einen Stream anzeigt, direkt in den Bildschirm bzw. den Beamer weitergeleitet wird. Das eigentliche Abspielen von dem Video machen wir direkt in OBS. Und das streamen wir auch direkt an den RTMP-Splitter. Und auf dem Präsentations-Laptop zeigen wir diesen Stream wiederum an. Da haben wir eine Latenz von vielleicht 10 Sekunden. Kann man, denke ich mal, verschmerzen. Denn die Leute, die in dem Raum sitzen, die wissen ja eigentlich gar nicht, dass das nicht synchron ist. Und da das aus der Konserve letztendlich kommt, kann man das auch so machen. Damit die Leute auch was hören können, schließen wir einfach zwei Boxen da an. Relativ kleine, die aber gut zu hören sind. Und der Präsentations-Laptop, der braucht auch eine LAN-Verbindung. Für die Referenten-Laptops sehen wir WLAN vor. Und für das Wiedergeben von dem Stream, da brauchen wir ein bisschen was Besseres. Also gibt es da auch ein Kabel. Der Rest von dieser Konfiguration bleibt alles angesteckt. Das hat den Vorteil, dass man da nicht großartig was umstecken muss. Man ersetzt also den Referenten-Laptop durch einen Präsentations-Laptop und schließt zwei Boxen an und gibt dem ein LAN-Kabel. Und den Rest lässt man so, wie es vorher war. Und wählt eine andere Szene im OBS aus und fertig ist man damit. Eine weitere Variante ist ein Setup, was dafür gedacht ist, dass wir den BigBlueButton-Raum, in dem Online-Vorträge laufen werden, abfilmen können, damit das Ganze im Stream zu sehen ist und auf verschiedenen Plattformen. Wir haben wiederum unseren Aufnahme-Laptop. Da läuft natürlich wieder OBS drin. Der bekommt jetzt aber einen zusätzlichen Monitor dazu, der über HDMI angeschlossen wird. Könnte auch was anderes sein, aber HDMI ist halt so das Gebräuchlichste. Und in diesem Monitor wird ein Brave-Browser-Fenster im Vollbild dargestellt. Und in dem Browser läuft der BigBlueButton-Raum, wo der Vortrag läuft. Und von diesem Browser-Fenster nehmen wir einmal den Ton ab, also letztendlich das, was der Referent sagt, und das Video daraus, die Bildschirmfreigabe des Referenten beziehungsweise seine Webcam. Und das Ganze wird abgefilmt und dann in einer relativ einfachen Szene zusammengebaut. Und das Ganze landet dann wieder über den RTMP-Splitter im Internet. Dann haben wir hier noch so eine Mischform von dem, was wir vorher hatten. Also das hier auf der linken Seite ist quasi nochmal dasselbe Setup wie hier. Bloß ein bisschen zusammengedrückt, aber es ist dieselbe Verkabelung. Und dann kombinieren wir das Ganze mit dem Präsentations-Laptop, den wir davor wiederum hatten, der den Stream, der hier produziert wird, direkt im Raum anzeigt, auf dem Bildschirm. Wir haben jetzt so große Bildschirme in den Räumen beziehungsweise so einen Beamer. Und dort ist das dann zu sehen, damit die Zuschauer auch wiederum was sehen können, damit sie auch Zuhörer werden. Gibt es wiederum Lautsprecher in dem Raum und wir brauchen auch wiederum eine bessere Internetverbindung, also kein WLAN, sondern LAN. Und dann kann man den Vortrag auch live in einem Raum sehen, obwohl er irgendwo anders gehalten wird. Wir haben einen Referenten, der kommt aus den USA und der würde natürlich nicht zu uns kommen, aber so lässt sich das machen. Und dann kann man diesen Vortrag im Internet sehen, entweder direkt im BigBlueButton-Raum oder über die verschiedenen Streaming-Bus. Portale. Ja, oder eben auch live. Also dieses Mal haben wir so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sich daran beteiligen kann, wie man Dinge sehen kann vor Ort im Internet. Ja, das ist höchst kompliziert und bei der Ausarbeitung von diesen Lösungen habe ich vieles ausprobiert, wieder verworfen, nochmal wieder anders und das ist jetzt wohl hoffentlich die Variante, die wir auch während der Linux-Tage verwenden werden. Nach der Verkabelung kommen wir zu OBS Studio. Das ist eine Streaming-Software, die von sehr, sehr vielen Profi-Streamern auch benutzt wird. Das ist Open Source und das benutzen wir auch für unsere Linux-Tage und das benutze ich auch jetzt zum Aufnehmen von diesem Schulungsvideo. Erstmal grundlegend gibt es zwei verschiedene Fenster. Wir haben hier einmal das Vorschaufenster. Das Vorschaufenster, das ist das, was noch nicht aktiv gestreamt wird und wir haben das Programmfenster. Wenn ihr das jetzt nicht sehen solltet, dann liegt es daran, dass unten Studio-Modus nicht aktiviert ist. Wenn ich das jetzt ausmache, dann habe ich bloß ein aktives Fenster und das wird sofort gestreamt oder sofort aufgezeichnet. Wenn ich den Studio-Modus wieder anmache, dann habe ich auf der rechten Seite das, was jetzt gerade aktuell gesendet oder aufgezeichnet wird und auf der linken Seite, da kann ich vorbereiten. Ich kann jetzt zum Beispiel unseren Tux hier, unseren Referenten, so ein bisschen bewegen und wie man sieht hier, im rechten Bild tut sich da noch nichts. Wenn ich jetzt das Bild von der Vorschau senden möchte, dann sage ich hier Übergang und dann ist er da jetzt auch drin. Jetzt kann ich ihn wieder zurückschubsen und wieder Übergang machen und dann fluppt er da wieder hin. Wenn jetzt Tux relativ gut gegessen, haben sollte und denn breiter wird, sodass er nicht ganz ins Bild passt, dann kann ich die Kamera auch noch anpassen. Ich gehe hier unten auf Kamera mit Rechtsklick und Filter mit Linksklick. Da habe ich einen Effektfilter eingefügt, der zuschneiden ist. Ihr könnt auch neue Effektfilter wie hier zuschneiden und Pad hinzufügen. Das habe ich schon gemacht. Und dort kann man jetzt angeben, wie das Kamerabild, was eigentlich größer ist als das Sichtbare, zugeschnitten werden soll. Ich kann jetzt so ein bisschen rechts und links ein bisschen anpassen, sodass auch wirklich alles vom Tux drauf ist und sage hier bloß noch schließen. Und dann hat sich auch hier das Bild vergrößert nach links und rechts. Also die Platschefüße sind auf beiden Seiten drauf. Und in der Vorschau habe ich schon drin und jetzt sage ich Übergang. Und dann habe ich den Tux auch in voller Breite mit drauf. Neben der digitalen Möglichkeit beim Zuschneiden ist es meistens aber sinnvoller, die Kamera so ein bisschen zu schwenken. Oder wenn es eine Profikamera ist, wo es einen Zoom gibt, also keine Webkamera, vielleicht so ein bisschen rauszoomen oder reinzoomen, so dass der Referent besonders gut drauf ist. Wenn wir jetzt für den Tux eine gute Position auf dem Bild gefunden haben, also hier so in der Ecke und ihn eigentlich nicht mehr verschieben wollen, können wir das Schloss hier zumachen. Und dann kann ich draufklicken und versuchen ihn zu bewegen. Das geht nicht mehr. Ich kann auch den Tux ausblenden, indem ich auf das Auge klicke. Dann ist er weg. Das Auge ist durchgestrichen. Und wenn ich da nochmal wieder draufklicke, dann ist er wieder sichtbar. Neben der Kamera gibt es die Capture-Karte, die das Bild von dem Referenten-Laptop aufnimmt, also den Desktop einmal entgegen nimmt über den HDMI-Splitter. Und dann haben wir dieses Bild im Hintergrund. Wenn ich es auch mal ausblende, dann ist es das hier. Ja, die Capture-Karte ist immer so ein leicht heikles Thema. Also da kann es passieren, dass man nicht sofort ein Bild kriegt, wenn das der Fall sein sollte. Wenn es wirklich schwarz ist im Hintergrund, also wenn es erst mal so aussieht, dann solltet ihr einmal die Verkabelung überprüfen, ob das HDMI-Kabel im Laptop steckt, im Referenten-Laptop, und vielleicht einmal abziehen, einmal wieder anstecken. Dann solltet ihr beim Referenten-Laptop gucken, ob auch das Bild, was auf dem Desktop zu sehen ist, also auf dem eingebauten Monitor, ob es auch auf den HDMI-Ausgang gespiegelt ist. Wichtig dabei ist auch, dass ihr eine Auflösung nehmt, die passt. Also in unserem Fall ist es halt Full HD, also 1920x1080 Pixel. Dazu könnt ihr verschiedene Programme benutzen. Einige Desktops bringen so Programme mit, womit man diese Einstellung machen kann. Ansonsten gibt es auch ein kleines Programm, was immer wieder sehr praktisch ist. Das heißt Arandr. Damit kann man so Setups zusammenbauen, wie das aufgebaut sein soll. Da kann man es sehen. Das ist eigentlich bloß so ein kleines Fensterchen. Also ich habe hier meinen HDMI-Monitor drin, da das Display in dem Laptop selbst relativ klein ist, kann ich das nicht komplett auf dem Bildschirm sehen. Normalerweise sollte es aber so sein, dass ihr einen Laptop habt, der Full HD kann und das Ausgangssignal über HDMI sollte auch Full HD sein. Und dann könnt ihr diese beiden Fenster übereinander schieben, die eure Bildschirme darstellen und dann ist das Ganze auch gespiegelt. Wenn ihr jetzt mit der rechten Maustaste auf den HDMI-Ausgang geht, dann könnt ihr auch bei Auflösung was anderes wählen. Und da solltet ihr normalerweise Full HD nehmen, also diese 1920x1080. Eventuell müsst ihr es auch noch auf Aktiv schalten, aber das ist eher selten. Ja, dann schiebt er das Ganze noch übereinander. Jetzt hier mit... Ah, steht nicht vor mir, so ein bisschen hakelig deswegen. Und es gibt auch eine Verzögerung zwischen dem Bild, was ich hier jetzt sehe. Also das, was auf dem Referenten-Monitor drauf ist, läuft erstmal durch die Catcher-Karte durch. Das dauert eine gewisse Zeit, bis ich das im OBS sehe. Also so, ja, halbe Sekunde, eine Sekunde, denke ich mal. Nachdem ihr eure Einstellungen gemacht habt, also beide übereinander gezogen habt, könnt ihr auf dieses Häkchen hier draufklicken und dann wird diese Konfiguration auch angewendet. Wenn ihr das gemacht habt, sollte eigentlich das HDMI-Signal am HDMI-Ausgang beim Laptop anliegen und dann sollte theoretisch die Capture-Karte auch sagen, da ist ein Signal und das kann verwendet werden. Dann ist das hier drin. Ich mache jetzt einfach mal einen Doppelklick drauf und hoffe, dass ich mir das nicht komplett zerhaue. Das kann nicht immer mal wieder passieren. Das ist immer so ein bisschen heikel dabei. Wenn es erstmal läuft, lasst es einfach, so wie es ist. Da haben wir hier diese Capture-Karte. Hier ist es eine Cambly 4K. Es gibt viele andere Capture-Karten. Es gibt deutlich günstigere. Einige sind so ein bisschen gutmütiger, was Signale angeht. Es gibt solche billig-Capture-Karten, die kosten von 5 bis sagen wir mal 20 Euro. Die können auch plus USB 2.0, machen aber Full HD, indem sie es intern schon komprimieren. Das Bild ist dann zwar nicht so knackig, aber es funktioniert auch bei USB 2.0. Wir brauchen hier für die Cam-Link unbedingt USB 3.0. Dann haben wir hier noch weitere Optionen. Die ist BGR 3.0, würde ich immer nehmen. Das macht eigentlich ganz gute Farben. Auflösung, Bildrate, unverändert lassen. Farbbereich Standard, ja, ist auch immer gut. Pufferung benutzen, würde ich ausmachen. Damit wird die Übertragung von dem Desktop-Bild noch ein bisschen flüssiger. Ja, also ich merke das jetzt auch schon wirklich, dass es flüssiger wird. Also das ist unter einer halben Sekunde. Also keine Ahnung, wie viel es jetzt wirklich ist, aber es ist deutlich flüssiger. Hätte ich gerade eben schon mal machen sollen. Damit hätten wir auch die Capture-Karte. Wenn jetzt das Ganze überhaupt nicht funktionieren sollte, einfach nochmal die Capture-Karte vom USB trennen und OBS einmal komplett zumachen und alles wieder neu anstecken. Also HDMI an die Capture-Karte, dann in den USB-Port beim Laptop rein, OBS neu starten und dann ist hoffentlich die Capture-Karte auch wieder in der Szene drin. Dann müsst ihr auch noch auswählen, welche es sein soll, denn es werden nicht nur Capture-Karten unterstützt, sondern alles, was so eine Webcam ist, so ein Webcam-Interface hat über USB. Also da sind zum einen hier die internen Kameras drin, die auch über USB angebunden werden und dann haben wir auch hier die externe Kamera, wo der Tux gerade vorsitzt. Nachdem das Ganze jetzt grundlegend eingerichtet ist, also der Referent ist angekommen, hat seinen Laptop hingepackt, der ist verkabelt über HDMI, das Bild ist zu sehen in der Szene hier und der Referent ist auch im Bild zu sehen. Dann sind wir schon mal relativ gut davor. Dann haben wir eigentlich bloß noch das Mikrofon, was ja auch über USB angebunden wird, also über das Audio-Interface, über XLR und so weiter, aber es taucht als USB-Gerät auch hier in OBS auf. Sollte ein falsches Gerät verwendet werden, könnt ihr das hier ändern. Also es haben verschiedene andere Geräte auch ein Audio-Interface dabei. Die Webcam hat eins. Es gibt auch nochmal hier das eingebaute Tongerät. Das ist direkt vom Laptop, die Soundkarte drin. Und hier die Cam Link Capture-Karte hat auch Audio. Also von daher achtet darauf, dass es wirklich das Richtige ist. Und dann habt ihr hier den Ausschlag bei dem Mikrofon, was der Referent dort rein spricht. Also er sollte, bevor das Ganze losgeht, so ein bisschen was sagen. Hallo, bla bla bla. Einfach mal so eine Tonaufnahme zu machen, um zu gucken, wie der Ausschlag so ist. Also in diesem grünen, gelben Bereich, wenn es da drin ist, ist das gut. Sollte nicht zu niedrig sein, dann ist das Signal zu leise. Aber es sollte auf keinen Fall hier in den roten Bereich reinkommen. Wenn es jetzt in den roten Bereich reinkommt, mal gucken, ob ich das so hinkriege. Ne, lauter geht es nicht. Aber wenn es jetzt in dem roten Bereich landen sollte, dann haben diese Audio-Interfaces normalerweise einen Lautstärkeregler. Und die etwas besseren von denen, die haben auch eine Kontrolllampe, so, dass dort angezeigt wird, grüner Bereich, dann leuchtet die halt grün. Gelb ist auch noch in Ordnung. Aber wenn die jetzt rot flackert, dann dreht einfach den Lautstärkeregler ein bisschen runter. Wenn das an dem Audio-Interface nicht sein sollte, dass es so eine Möglichkeit gibt, sowas habe ich hier auch, dann dreht einfach hier die Lautstärke ein bisschen runter. Mach das Ganze aber mit Maßen, denn wenn ihr es zu weit runter dreht, dann ist der Ton halt zu leise, dann beschweren sich die Zuschauer über die Streams. Ja, das wollen wir auch nicht. Also, das ist so ein ganz... Da war kurz mal rot. Also, da könnte man so ein bisschen vielleicht hier... Dieser Ton, der am Mikrofon anliegt, der ist auch gleichzeitig noch zu hören über den Kopfhörerausgang beim Notebook. So könnt ihr nicht bloß optisch sehen über diesen Balken hier, dass das alles in Ordnung ist, sondern hört das auch auf den Ohren. Das hat den Vorteil, dass ihr sofort hören könnt, wenn das übersteuert ist oder wenn da irgendwie Knackser drin sind oder irgendwas. Und dann könnt ihr das Ganze eben so ein bisschen anpassen und wenn es ganz schlimm wird, guckt ihr am besten noch mal aufs Kabel. Und ja, ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dem Referenten zu sagen, ja, du bist jetzt ein bisschen laut. Versuch das Mikrofon einfach mal ein bisschen von deinem Mund weg zu bewegen oder das Mikrofon näher an den Mund ranzubewegen, wenn es jetzt zu leise ist. Die Mikrofone haben auch die Charakteristik, dass die besser klingen, umso näher der Sprecher dran ist. Bei Musikern sieht man es manchmal, dass die wirklich das Mikrofon direkt an die Lippen ranpressen, jedenfalls für einige Passagen. Das hat den Grund, dass es einfach besser klingt. Und das ist bei diesen Mikrofonen, die wir einsetzen werden, auch so. Also näher dran ist normalerweise besser. So leicht übersteuert kriegt man die eigentlich auch nicht. Jedenfalls, wenn man normal spricht und nicht anfängt rumzubrüllen, was ich auch mal hoffe, dass das eher nicht so der Fall bei uns sein wird. Damit man das Mikrofon auch wirklich hören kann, gibt es das sogenannte Monitoring. Da haben wir immer so ein Zahnrad unter den einzelnen Tonquellen. Da klicken wir einfach mal drauf und sagen hier erweiterte Audio-Eigenschaften. Dann haben wir hier so eine Liste mit verschiedenen Audio-Geräten. Also unser Mikrofon haben wir drin. Das externe Mikrofon ist das hier. Dann ist das hier das interne, was direkt im Laptop drin ist. Das interessiert uns nicht. Und dort haben wir Audio-Monitoring. Monitoring bedeutet, dass das Audiosignal, was reinkommt, auch wieder gleich hören können. Also wir hören das quasi vorverarbeitete Signal, was einmal komplett durchfließt, auf unserem Kopfhörer. Damit das funktioniert, müssen wir hier sagen Monitoring, also wir wollen es hören, und Ausgabe. Denn wir wollen es nicht bloß hören, sondern es soll eben als Ausgabe auch im Stream landen. Dann haben wir hier noch verschiedene Spuren. Es gibt insgesamt sechs. Man kann Audio-Quellen aufteilen in digitale Spuren. Und je nachdem, worüber man es sendet, einige Streaming-Portale sollen es wohl unterstützen, dass man mehrere Audio-Spuren mitsendet. Oder für die Nachbearbeitung, was ich ja hinterher mache, ich zeichne es mit mehreren Spuren auf, wenn ich solche Aufnahmen hier mache, dann kann ich hinterher in KDN Live das nochmal trennen. Und wenn ich jetzt eine Spur habe, wo ich drauf spreche, und dann auf einer anderen läuft vielleicht die Hintergrundmusik von einem Spiel, und vielleicht habe ich noch einen Browser offen, und die landen dann in einzelnen Spuren. Wenn ich das mal so hier demonstriere, würde ich irgendwie sowas machen. Desktop Audio kommt nur auf die 1, dann kommt mein Mikrofon nur auf die 2, und das andere könnte ich dann irgendwo anders hinpacken. Dann hätte ich hier auf der Spur 1 eben bloß den Ton vom Spiel, mich selbst noch auf der 2, und das interne Mikrofon, das kommt auf alle Spuren drauf. Und in meinem Schnittprogramm kann ich dann auswählen, was ich davon haben will, dann könnte ich auch nochmal die Lautstärke einzeln, nachriegeln und so weiter und so fort. Aber für unsere Linux-Tage lassen wir das hier alles an. Wir senden das über unseren RTMP-Splitter, und der kann eh bloß eine Audiospur senden. Also das ist so ein Mischsignal aus verschiedenen Audioquellen, wobei wir ja bloß ein Mikrofon haben werden. Damit haben wir das Monitoring ausgewählt. Danach können wir das Ganze wiederum schließen. Das sollte für unsere Kilo Open Source und Linux-Tage bei unseren Aufnahmesystemen schon fertig voreingestellt sein. Also von daher braucht ihr an der Stelle nichts zu machen. Das ist einfach bloß, damit ihr wisst, wozu ist das gut und so weiter. Ja, nachdem wir jetzt geguckt haben, dass das Bild, sowohl die Kamera als auch das Desktop-Bild vom Referenten-Laptop dort ist und dass der Ton stimmt, können wir auch sagen, hier Stream starten. und manchmal kann das passieren, dass er einmal jammert, ich weiß nicht warum, dann haben wir diese Fehlermeldung und sagen wir hier Aufnahme beenden und sagen nochmal hier Stream starten und dann läuft das Ganze auch los. Ich habe es so konfiguriert, dass durch das Starten von dem Stream auch gleichzeitig eine Aufnahme auf die interne SSD mitgestartet wird. Das hat den Hintergrund, dass die Bandbreite für den Stream nicht beliebig hoch ist. Ich habe geguckt, was so verschiedene Plattformen unterstützen. Bei Twitch ist bei 6 Mbit einfach Schluss und bei einigen Szenen kann es sein, dass das denn nicht so toll aussieht. Von daher wird das Ganze auch gleichzeitig noch in deutlich besserer Qualität einmal aufgezeichnet, sodass man es hinterher nochmal editieren kann und da haben wir deutlich bessere Qualität in einem Format, was weniger Rauschen hat, weniger Artefakte hat. Um den Stream zu beenden, einfach wieder auf Stream beenden klicken und die Aufnahme wird auch gleichzeitig wieder deaktiviert. für die Vorträge selbst haben wir verschiedene Szenen hier. Letztendlich einmal den Referenten und das Beamer-Bild beziehungsweise das Desktop-Bild. Dann nur das Desktop-Bild, wenn der Referent im Weg sitzen sollte, dann kann man ihn darüber deaktivieren und wir haben die Szenen quasi nochmal mit dem Zusatz plus BB. BB steht für Bauchbinde und dort steht, welcher Vortrag gerade läuft und wer ihn hält. Ja, das gibt es auch für beide Varianten, einmal mit Referent plus Beamer-Bild oder auch nur das Beamer-Bild mit der Bauchbinde. Die Bauchbinden sind bei uns alle vordefiniert. Wenn man jetzt drauf geht hier auf Bauchbinde, dann kann man hier auswählen, durchsuchen und dort sind schon mal alle vor generiert. Das sind fertige PNG-Grafiken, wo auch das Logo von unseren 20. Kilo Open Source und Linux Tagen drin ist und wenn ich jetzt was anderes hernehme, sage ich OK und dann kann ich das auch live senden. Dann haben wir auch noch eine Pausenfolie, wo unsere Sponsoren und Partner draufstehen und wo Text steht, gleich geht es weiter. Und wenn ich jetzt diese Szene aktiv schalte, also von der Vorschau zum Programm mache, dann startet hier unten auch noch die Ausgabe von Hintergrundmusik. das kommt von einem Blender Film, fand ich ganz nett die Musik dabei, die habe ich mir dann mal rausgezogen von Sebastian Krause und das läuft dann so lange wie es eine Pause gibt in der Schleife. Da gibt es dann dieses Bild hier und ein bisschen Wartemusik. Daneben gibt es auch noch die Pausenfolie mit der Freitext Option, da ist das hier als Freitext gedacht und wenn ich hier jetzt draufklicke, kann ich den Text editieren und wenn das Ganze nicht in die Zeile reinpassen sollte, dann kann ich auch noch einen Doppelklick hier drauf machen und dort kann ich auch verschiedene Zeilen machen. So, hier okay und ich kann das Ganze natürlich auch noch ein bisschen verschieben, einfach draufklicken und dann verschieben, wo ich das Ganze hinhaben möchte und dann sage ich wieder Übergang und als nächstes kommt Tux. eine weitere Szene ist unsere Sponsoren Vorstellung, da werden einfach Videos bei einigen von unseren Sponsoren und Partnern abgespielt. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, zum Beispiel auf das Dataport Partner Video, das ist so ein kleiner Image Film, der ist schon runtergeladen und in diesem Element zum Media Player schon mit drin, da steht dann drin wie die Datei heißt und wenn ich die Szene live schalte, also von Vorschau auf Programm über Übergang, dann wird es auch abgespielt und es gibt auch Ton dazu. Der Ton soll ja nicht nur im Stream landen, sondern soll auch im Raum zu hören sein, von daher steht wiederum hier Monitor und Ausgabe. Monitor wäre in diesem Fall die Boxen in dem Raum, die direkt über die Klinke angeschlossen sind und Ausgabe ist, dass es im Stream landet. Dann haben wir als zusätzliche Szene noch das Abfilmen von BigBlueButton, der in einem Brave Browserfenster läuft, was in Vollbild auf einem extra Monitor dargestellt wird. Da ich den Monitor jetzt nicht dran habe für mein Demonstrations Video, kann ich den auch nicht auswählen. Ich habe jetzt zwar zwei, aber das eine ist die Capture Karte, wo ich mein Bild jetzt weitergebe, wo ich das Ganze noch mal gespiegelt habe, aber wenn ich jetzt einen physikalischen Monitor dran hätte, würde ich den hier aus der Liste auswählen und dann sagen ja Brave kommt jetzt auf den anderen Monitor im Vollbild und da ich hier Brave Audio auch noch mit drin habe, was ja die Ausgabe von dem Webbrowser mitschneidet, also die Audio Ausgabe digital intern mitschneidet, ist auch der Ton mit dabei. Hierbei muss ich wiederum gucken, dass ich eingebaute, analoge Mikrofon möchte ich nicht, also das lasse ich ja bei default. Das waren letztendlich die Grundzüge, wie mit dem OBS Studio umzugehen ist, bei unseren Kilo Open Source und Linux Tagen. Die Aufnahme Laptops sind so weit vorkonfiguriert, dass da eigentlich nichts zu ändern sein sollte, wenn jetzt aus irgendeinem blöden Grund irgendwas nicht funktionieren sollte. habe ich hier nochmal die Einstellung damit ihr das auch korrigieren könnt, damit auch wirklich die Informationen von da nach da fließen, so wie es auch sein soll. Also es gibt hier unten Einstellungen und dann gibt es dort verschiedene Kategorien. Wir fangen einfach mal an mit dem Monitoring, was ich schon hatte. Das brauchen wir halt zum Hören von der Mikrofoneingabe, das ist unter Audio und dort kann man angeben, hier welches Monitoring-Gerät verwendet werden soll. Es könnte sein, dass jetzt ein USB-Gerät zum Monitoring-Gerät erklärt wird, warum auch immer, aber wir wollen hier das eingebaute Tongerät analog verwenden und das ist der Kopfhörerausgang am Laptop Sales. Also falls sich da irgendwas geändert haben sollte und da kein Ton rauskommt, einfach hier umstellen, OK sagen und damit ist das gut. Sollte es jetzt irgendwie der Fall sein, dass das automatische Mitschneiden von dem Stream in besserer Qualität nicht mit einem Klick auf den Stream Starten Button hier mit startet, dann guckt nochmal unter Allgemein und Stream automatisch aufnehmen, ob da auch wirklich der Haken gesetzt ist. Wenn er fehlen sollte, einfach setzen und überprüft auch wirklich, ob das klappt, dass beim Starten von dem Stream auch wirklich beide immer dunkelgrau sind. Dann unter Ausgabe geht es um die Streaming Qualität. Wie ich irgendwo gelesen habe, unterstützt Twitch bloß 6000 Kilo Bit, also 6 M Bit. Von daher ist das hier die Größe, die man eintragen kann. Je nachdem, was in dem Rechner verbaut ist, kann man einen Hardware-Encoder verwenden. Hier ist jetzt eine Nvidia-Karte drin und dort heißt dieser Encoder NV ENC. Dann wird das Komprimieren von dem Video-Stream direkt in der Grafikkarte gemacht. Das macht das Ganze effizienter. Die CPU hat weniger zu tun. Ihr habt wahrscheinlich weniger Ruckeln mit drin. Und das läuft vielleicht so ein bisschen fluffiger. Der Hardware-Encoder von Nvidia braucht mehr Bandbreite, damit ihr einen gleich guten visuellen Eindruck habt, wie der Software-Encoder schon drin ist in dem OBS, der auf jeder Plattform funktioniert. Aber dieser Vorteil durch die Hardware, dass die CPU weniger belastet wird, macht hier den Vorteil dabei. Und ich denke mal, dass die Vorträge, die bei uns laufen, auch wenig schnell bewegte Bilder haben werden. Da habe ich jetzt keinen wirklichen Kandidaten im Hinterkopf, dass es so sein sollte. Von daher sollten wir mit diesen 6000 und dem NVIDIA Encoder eigentlich ganz gut auskommen. Audio-Bit-Rate mit hier 160 Kilo-Bit, das sollte mehr als ausreichend sein. Und wir wollen das Ganze auch nochmal aufnehmen. Dieses Mal hohe Qualität, mittelgroße Dateien, das sieht eigentlich immer gut aus, soweit ich es gesehen habe jedenfalls. Wir könnten das Ganze auch noch deutlich höher schrauben, aber das macht für unsere Zwecke keinen Sinn. Das mag sein, dass das für irgendwelche Let's Plays mit sehr komplexen Graslandschaften, wo sich vieles bewegt, Sinn macht, da noch ein bisschen höher zu gehen, aber das brauchen wir für unsere Dinox-Tage nicht. Das Aufnahmeformat ist MKV, das lässt sich hinterher super in KDN live auch editieren und wir benutzen den Hardware-Encoder nochmal, also man kann sogar zweimal den Hardware-Encoder auf der Grafikkarte verwenden, um Dinge aufzuzeichnen in zwei verschiedenen Bitraten. Das funktioniert, wusste ich vorher auch nicht, aber es klappt. dann weitere Einstellungen zum Thema Bild gibt es unter Video, da wie groß ist die Leinwand, Leinwand ist quasi der Bereich hier, in der wir unsere Szene Elemente platzieren können, wir könnten das auch größer machen, als es physikalisch ist, aber wir wollen hier diese Full-HD Auflösung haben, genauso wollen wir das Ganze auch nicht skalieren, also das und das bleibt gleich, von daher brauchen wir eigentlich auch überhaupt keine Skalierung und wir nehmen hier 30 FPS, also 30 Bilder pro Sekunde werden aufgezeichnet bzw. gestreamt, für unsere Fälle reicht das vollkommen aus, wenn wir jetzt irgendwelche tollen Spiele streamen wollten, bräuchten wir vielleicht mehr, OBS unterstützt auch mehr, bis zu 60, aber das brauchen wir wirklich nicht. Ja, das war es dann auch für dieses Mal, kommt zu den Kiel Open Source und Linux Tagen entweder direkt nach Kiel, guckt es live in unseren verschiedenen Streaming Formaten, ich hoffe ihr habt auch über OBS ein bisschen was mitgenommen, über Verkabelungsideen, ihr könnt das natürlich alles komplett anders machen, wie ihr meint, dass es für euch sinnvoll ist, dass ihr da vielleicht so ein paar Ideen mitnehmt für eigene Projekte oder ja, ihr seid auf jeden Fall nicht dümmer geworden, hoffe ich mal und ich hoffe, dass das Ganze jetzt auch wirklich so funktioniert, wie ich es jetzt hier vorgestellt habe, dass da nicht noch irgendwas bei sein sollte, so dass wir diese verschiedenen Setups mit diesen unterschiedlichen Vorträgen und anderen Aktionen, die dort laufen, relativ gut in Griff kriegen. Ja, ansonsten, abonnieren, Glocke drücken und ja, bis dann, also entweder hier im Kanal bei den Kilo Open Source und Linux Tagen oder bei anderen Gelegenheiten. Ja, und tschüss.